Ja, du bist richtig. Bei Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, die kleine Nachtmusik. Mein Name ist Bernadette Schmutz und ich unterrichte an der Musikschule Frontleiten Geige und Pratsche. Und ich werde dir heute die hohen Streichinstrumente, also diese beiden, vorstellen. Du kennst vielleicht auch die Tiefen, das Cello und den Kontrabass. Ja, auf der Geige kannst du alles spielen von Klassik, alte Musik, Klassik, Romantik, moderne Musik. Und ja, ich werde dir auch ein Stück auf der Pratsche vorspielen. Wie du gehört hast, die Pratsche ist dunkler, sehr tiefer im Klang und hat einen wunderschönen weichen Klang. Und beide Instrumente spielt man im Orchester oder in der Kammermusik oder auch solistisch. Und weil wir gerade bei der Kammermusik sind, stelle ich dir gleich meine Ensembles vor. Es gibt für die ganz jungen Schüler und Schülerinnen Young Strings Ensemble. Dann gibt es für Jugendliche, die schon technisch weiter sind, das Joey's Barock Ensemble, wo ich auch speziell alte Musik, Barock Musik und neue Musik, moderne Stücke einstudiere. Und dann ganz was Besonderes für die Erwachsenen. Ich habe auch erwachsene Schüler. Gibt es den Streicher Frühling, wo wir auch quer durch die Literatur uns einfach Stücke auswählen. Ja, es macht mir riesen Spaß, Geige und Pratsche zu unterrichten. Und ich freue mich, wenn du dich vielleicht entschließend möchtest, Geige oder Pratsche zu lernen.